Hogenheimer ist ein einfaches Glücksspiel mit Karten. Da das Einsatzfeld Ähnlichkeit mit demjenigen des Roulette aufweist, wird das Spiel auch englisches Roulette genannt. Die Regeln Hogenheimer wird mit 33 Blatt französischer Karten gespielt. Einem Paket von 32 Blatt wird ein Joker hinzugefügt. Vor Beginn eines Spiels tätigen die Spieler ihre Einsätze auf dem Tableau. Dieses ist ein rechteckiges Schema mit vier Reihen zu je acht Feldern. Entsprechend den 32 Karten des Pakets ohne Joker. Jede Reihe ist einer Farbe zugeordnet und zwar gilt die erste Reihe für Pieck, die zweite für Herz, die dritte für Karo und die vierte für Kreuz bzw. Treff. Die Spalten entsprechen den Rängen. Die erste Spalte gilt für die Ese, die zweite für die Könige USW. Sind die Einsätze gemacht, so mischt der Bankhalter die Karten, lässt abheben und legt die erste Karte auf das entsprechende Feld des Tableaus. Dann die zweite, dritte USW. Sobald jedoch der Joker aufgeschlagen wird, endet das Spiel und es werden keine weiteren Karten aufgelegt. Wer auf eine aufgedeckte Karte bzw. auf eine Gruppe von Karten, die alle aufgeschlagen worden sind, gesetzt hat, gewinnt. Andernfalls gewinnt der Bankhalter. Der Spieler wettet, dass eine bestimmte Karte, B9, vor dem Joker aufgedeckt wird. Die Gewinnquote beträgt 1. 1. Der Spieler wettet, dass zwei bestimmte auf dem Tableau benachbarte Karten, B109 oder KK vor dem Joker aufgedeckt werden. Die Gewinnquote beträgt 2. Satz auf vier benachbarte Karten bzw. Der Spieler wettet, dass vier bestimmte auf dem Tableau benachbarte Karten, ein Karre, Z, B109, 109 oder die vier Karten eines bestimmten Ranges, BQQQQ vor dem Joker aufgedeckt werden. Die Gewinnquote beträgt 4. Der Spieler wettet, dass die acht Karten einer bestimmten Farbe, BAKQJ 10987 vor dem Joker aufgedeckt werden. Die Gewinnquote beträgt 8. Die angegebenen Gewinnquoten sind sämtlich faire Quoten. H. Der Bankhalter ist bei diesem Spiel gegenüber den Pointeuren weder im Vorteil noch im Nachteil.